wirklich sozial nix egal eher kohle kommit ja da haben wir genug aber holz könnte noch ein bisschen mehr sein wir sind es 41 das reicht doch schon lange alter jawohl zweieinhalb stecks fast und hier haben wir 36 glas das nehme ich gleich mit und verbaut ist hier hier kann man so ein himmlisch geilen sonnenaufgang nicht angucken also ich glaube wir sind das hier ist nach norden gerichtet jetzt und ja du heilige kacke jetzt und 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 scheiße so ja dann die bescheuerte wieder unkonzentriert oder was ja so weit reicht's aber mehr net ne das gefällt mir gar net aber ich habe hier noch sand genug ich habe das hier wie sand am meer ja ja dann nehmen wir das auch noch mit damit wir wenigstens hier die untere reihe verenden vollenden können so und jetzt hier noch also so ganz so viel brauche ich gar nicht mehr aber das sieht doch das sieht mir sympathisch aus doch das sieht mir sympathisch aus oh wie das grad leckt das kann ich nicht glauben das kann ich nicht das kann ich nicht so wollten wir das eigentlich nicht gefixt haben das mit diesen türen problem hm komisch sind sie komisch ich geh und guck nochmal kurz nach meinen kleinen aber feinen weizen und da ist ein huhn ja und das hat neu gelegt ja und was sagt die mir ist das jetzt schon vollkommen fertig oder nicht hm hm ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung egal ab in die mine ja sobald ich hier dann wieder ein bisschen eisen habe kann ich dann definitiv leichter arbeiten mit meinem weizen hier und das nimmt mir definitiv Arbeit ab ich brauch auch ein weizen ich brauch auch ein weizen ein eisen spitzhacke für so zeugs wie redstone oder sowas diamanten braucht man auch eine eisenspitzhacke ich hab immer noch kein eisen nein aber ich hab fackeln diesmal dabei äh ja das schwert lassen wir da und das fackeln fackeln da 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 so jetzt muss ich ganz regulär wieder runter gehen und hoffen dass wir da irgendwann mal demnächst ein äh äh wie heißt denn das wie heißt denn das wie heißt denn das ja sag's mir doch ja sag's mir doch ja sag's mir doch ja egal geht das ist doch schnuppe das ist schnuppe sozusagen schon wieder ein fehler gemacht und was mir grad auffällt ich schwer's hier schon die ganze zeit schwäbisch Und ich weiß gar nicht, über was ich mit euch reden soll. Ehrlich. Ich bin gerade so verplant. So verpeilt. Ach ja, so sieht Kohle da aus. Und jetzt bauen wir ein bisschen Kohle ab. Ein bisschen Kohle abbauen wir. Ein bisschen Abbauern von schöner Kohle. Ein bisschen Kohle abbauen wir. Und ich bin ein Noob. Und ich bin ein Noob. Und ich weiß nicht, was ich tue. Und ich bin ein Noob. Wisst ihr was? Jetzt scheiße ich ganz einfach auf das Zeugs. Jetzt mache ich einfach nur ein so ein Treppen und ein so eine Treppe-Dings darunter. Und dann scheiße ich drauf. Das mache ich jetzt, bis ich so eine Höhle finde. Und ab dann geht es eh richtig los. Da kommen überall so Treppen hässliche rein. Und meine Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Und ich schwätze schon. Diesen ganzen Part nur scheiße. Die eh keinen interessiert. Nur weil ich nichts anderes zu sagen weiß. Das ist mir so... Das ist sowas von schlimm, Leute. Ich sag's euch. Ich habe absolut keinen Plan. Weil bei so langweiligen Sachen, wie einen Berg runtergraben, das kann jeder mit geschlossenen Augen. Und es kann sein, dass ihr das gar nicht seht gerade. Uh, Licht. Juhu. Sorry, Leute. Eisen. Eisenerz. Wir haben ein bisschen Eisenerz gefunden. Juhu. Nochmal ein bisschen mehr Eisenerz. Da ist nochmal ein bisschen mehr. Okay. Jetzt hier noch ein bisschen graben. So, nichts mehr. Okay. Weiter geht's. Eisenerz. Ich habe Eisenerz. Und mir fällt gerade auf, das reicht jetzt für einen Eimer. Das macht mich froh. So wirklich froh. Und ihr seht trotzdem wieder nix. Vermutlich. Und ich singe irgendeinen Scheiß. Auf irgendeine Melodie, die ich selber gedichtet habe. Gerade in den letzten paar Minuten. Wieder ne Fackel. So. Ich darf nicht so mit den Fackeln geizen. Das ist echt schlimm. Wer mit den Fackeln geizt, der wird schon bald verheizt. Das kam jetzt ein bisschen rassistisch. Aber das stimmt. Da kommen bald die Creeper und dann hauen sie dich weg. Ehe man sich versieht. Uuuh. Meine Schafel ist kaputt, juhu. Mann, meine Spitzhacke ist auch schon gleich kaputt. Das glaube ich nicht, ey. Also Kohle findet man hier so... ...so lala eigentlich relativ viel, aber Eisenerz.